Brummi ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist ein Formwandler, dessen Form sich nach der Umgebung richtet und der es zuletzt gekämpft hat. Es kann sich entweder zur Burmadame oder zu Mutterpel weiterentwickeln. Brummi ist ein kleines Wurmbokmann mit schwarzem Kopf und gelben Augen, das sich durch ein Spiral förmlich eingedrehtes Horn aus dem Kopf auszeichnet. Der Rest des schmalen, in Segmenten mit kleinen Füßen aufgeteilten Körpers wird durch Blätter, Sand oder Lumpen verdeckt, je nach Form und in seiner Shiny-Form ist der Körper dunkelblau gefärbt. Brummi kann tatsächlich nur eine einzige Attacke per Levelaufstieg erlernen, das ist die Attacke Käfertrutz. Ansonsten kann es noch durch den Attacken Erinnerer Schutzschild Tackle, Käferbiss und Fadenschuss dazu erlernen und kann durch TM die Attacke Schutzschild erlernen. Seine Fähigkeit ist die Expedermis und sorgt dafür, dass es seine Statusprobleme eventuell heilen kann. Die versteckte Fähigkeit ist der Partikelschutz, dadurch nimmt es keinen Schaden durch Wetterbedingungen wie beispielsweise Hagel. Es ist ein schwächliches und empfindsames Pokémon, das sich mit einem dichten Umhang vor Umwelteinflüssen schützt. Im kalten Winter ist der Umhang dabei dicker als an warmen Sommertagen. Mit Hilfe seines biegsamen Horns hält er sich zum Beispiel an Baumästen fest. Um seinen Umhang zu basteln, sammelt das Pokémon Blätter, Staub oder gar Abfall zusammen. Wird seinen Umhang zum Beispiel in einem Kampf zerstört, kann es selbst in karger Umgebung einen neuen Umhang anfertigen. Daher sieht Burmi je nach Lebensraum immer anders aus. Da bestellt es den ersten Teil der zweistufigen verzweigten Entwicklungsreihe dar und kann sich entweder zu Burmadame oder Moterpel weiterentwickeln. In den Spielen wird die Entwicklung durch das Erreichen von Level 20 ausgelöst. Männliche Burmi entwickeln sich immer zu Moterpel weiter. Burmis Form hat hierauf keinen Einfluss. Weibliche Burmi hingegen entwickeln sich zu Burmadame, dessen Form sich nach der Form richtet, die Burmi vor der Entwicklung innehat. Burmadame kann seine Form nicht mehr verändern und erhält Pflanze, Boden oder Stahl als Sekundärtyp hinzu. Und mit seinem Typen Käfer nimmt Burmi halben Schaden gegen Kampf-, Boden- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Steins- und Feuertacken und der Rest macht normalen Schaden.